So, mein Moin noch mal kurz hier. Das, was ihr gleich seht, ist eigentlich ein Highlight-Video hier. Aber das ist jetzt noch mal neu aufgenommen hier. Weil ich will noch was in das Highlight hinzufügen, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt und was richtig, richtig cool ist. Der Titel wird wahrscheinlich heißen, das fehlt auf Playstation oder so. Weil es gibt ein krasses Feature, was ihr gleich noch mal seht. Und das ist übelst geil. Weil es gibt es ein bisschen so wie auf der Playstation, aber viel, viel geiler. Das Coole auf der Xbox ist nämlich, man kann Leuten, also Leute, die man auf der Freundesliste hat, oder glaube ich auch, wenn man deren E-Mail-Adresse hat, kann man denen einfach ein Spiel schenken. Das heißt, ich kann in den Store reingehen und dann sage ich, keine Ahnung, ich habe mir jetzt ein neues Spiel gekauft, weiß ich nicht, nie was wird anbauend. Ein Kollege will das gerne auch haben. Oder ich weiß, dass er das gerne zocken würde. Aber er kann es sich vielleicht gerade nicht leisten. Oder er spart noch drauf oder keine Ahnung. Wie auch immer. Und dann willst du denen das schenken, dann gehst du einfach in den Store rein. Dann kannst du es einmal für dich selber kaufen. Und, weil wenn du es schon gekauft hast, dann kannst du auch für andere Leute das kaufen und denen das schenken. Das ist richtig geil. Die kriegen einfach eine Benachrichtigung auf Xbox. Jo, jemand hat dir das Spiel geschenkt. Richtig nice. Habe ich auch schon ein paar mal gemacht. Mit Lenna zum Beispiel. So, denen habe ich ein paar Spiele geschenkt. Und das ist richtig, richtig geil. Und das könnt ihr jetzt einmal in dem Highlight hier sehen. Das zeige ich euch jetzt. Aber danach zeige ich euch noch was viel Cooleres. Also jetzt erst mal das aus dem Highlight, aus dem Livestream. Das ist einfach jemanden. Du kannst das jetzt kaufen und ich bezahle das. Und dann werde ich dir nur jemanden aus der Freundesliste auswählen. Kann ich das schenken. Wie geil das einfach ist. Guck mal, jetzt kann ich hier. Wer kriegt das Geschenk? Kann ich jetzt jemanden aus der Liste auswählen oder E-Mail angeben? Äh, to so pass. Da ist er, der Allerechte. Hör auf mir, hör auf. Neun Euro. Ich will das gar nicht haben, Leute. Ja, guck mal, ich habe noch genug Geld drauf. Na, siehste. Jetzt kann ich einfach als Geschenk kaufen klicken. Er pisst sich. Ja, ihr Geschenk ist unterwegs. Du bist ein Affe, Alter. Ich will das gar nicht haben. Egal, du kannst wenigstens mal ab und zu mitspielen irgendwann. Ja, genau. Du bist ein bekloppter Hund, Junge. Guck mal, wie geil. Wie geil das einfach ist, ne? Feier das übelst. Also, das ist wirklich eines der geilsten Sachen, die ich bei Xbox gesehen habe. Game Pass oder was sagst du? Ach, ich scheiß mal auf den Game Pass, Mann. Das heißt, du jemanden, was kaufen kannst als Geschenk. Ach so, das meinst du, ja. Ich kriege das nicht in mein Gehirn. Und warum es sowas nicht auf Playstation gibt. Verstehe ich nicht. Das war bei Nintendo auch schon seit Jahren, Junge. Ja, aber überleg mal, wie geil das ist. Ja. Das ist einfach das beste Leben. Ich verstehe nicht, warum Playstation sowas nicht hat. Digga, das wird sich doch auch für die lohnen, so, ne? Guck mal, wie cool das ist. Oder stell dir mal vor, hier, deinen Leuten, mit denen du nur in der Online-Welt zu tun hast, weißt du, dann kannst du einfach zu Weihnachten sagen, ey, komm her, der hätte gerne auch mal das Spiel, zack, gönne ich dem, zack, ne? Easy. Oder halt für Kollegen oder so, whatever. Richtig geil. Das ist das Beste, Alter. Das ist richtig gut. So, also das war ja schon mal richtig, richtig cool. Ich konnte einfach dem Pass da ein Spiel schenken, zack, fertig, hat er jetzt auch nochmal the crew. So, aber was ich geil finde, man kann ja auf der Playstation auch so Wunschlisten machen. Kennt ihr vielleicht, ja? Ja, da kannst du in den Store gehen und dann sagst du, ja, hier, Niperspeed anbaut, nehmen wir das mal wieder als Beispiel, äh, packe ich mal auf die Wunschliste, äh, Wunschliste? Ist mir gerade zu teuer, aber ich packe das mal auf die Wunschliste, vielleicht ist irgendwann mal billiger. Und das Coole an der Playstation ist ja dann, Sachen, die du auf der Wunschliste hast, die, ähm, also falls du die Xbox, ach, ja, falls du die Playstation-App hast, kriegst du eine Benachrichtigung, wenn das im Angebot ist. Und du vergisst das halt nicht, dass du dir das dann irgendwann mal geholst. Das ist ganz cool. Auf der Xbox. Junge. Das ist legendär. Ich zeig euch das mal. Auf der Xbox seh ich jetzt einfach in den Store rein hier. Ja, ne, sagen wir mal hier, keine Ahnung, Red Dead Redemption. So, da geh ich jetzt drauf, kann ich eine Version auswählen, welche man jetzt, äh, schenken möchte zum Beispiel, ne? Aber das habt ihr ja gerade schon gesehen und dann kannst du halt hier schenken. Das Coole ist, wenn ich mir das jetzt auf die Wunschliste packe, weil ich möchte das jetzt mal irgendwann haben, packe ich mal hier, zack, Wunschliste, fertig. Kann ich mir die Liste anzeigen und dann seh ich hier ein Element auf der Liste. So. Das ist ja so wie bei Playstation. Jetzt kommt aber das Coole, Digga, was ich selber nicht wusste, was übelst geil ist. Hier steht links, Listeninformationen, Privatsphäre, Privat. Jetzt kann ich aber auch hingehen und Einstellungen machen und dann sag ich, ja, ich mach das öffentlich. Jetzt kann jeder auf meiner Freundesliste, ich weiß nicht, ob das auch andere Leute sehen können, mit denen man nicht befreundet ist. Kommt vielleicht auf die Privatsphäre Einstellungen an, das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Aber jetzt ist die Liste öffentlich, zumindest für Freunde. Zack. Jetzt steht auch Privatsphäre öffentlich. Das Geile ist jetzt, ich kann jetzt jemanden die Liste schicken. Ich mach jetzt hier auf Freigeben zum Beispiel. Gut, ich hab jetzt keine Freunde außer mich selber. Ich bin jetzt gerade mit dem zweiten Account online. Und jetzt wähle ich hier Zogger aus. So, zack. Klickst du drauf. Okay, man kann sich anscheinend selber dann sowas nicht. Ja, okay. Aber ich hab das mit dem Hauptaccount schon mal ausprobiert. Können wir auch nochmal kurz gucken. Ich geh nochmal wieder rüber. Hier kann ich jetzt hier auf Wunschliste gehen und dann kann ich das jemanden an der Freundesliste schicken. Und ich glaube, die Leute können aber auch ohne, dass du den da schickst, auf dein Profil irgendwie und dann auf deine Wunschliste zugreifen und dann gucken, was du dir wünschst. Und das ist ja richtig geil. Stell dir das mal vor. Das ist voll cool. Ich weiß nicht, warum sowas sich auf der Playstation gibt, Digga. Das ist doch auch dumm von denen, weil wenn Leute sich eine Wunschliste machen, dann können ja auch Freunde untereinander sich was schenken. Und dann würden die ja auch viel mehr Spiele verkaufen, so gesehen. Also das finde ich ein bisschen dämlich, dass das nicht geht. Also das ist so ein nices Feature. Weil jetzt kann jemand einfach aus meiner Freundesliste in meine Wunschliste reingucken und kann sagen, ey, guck mal hier, das wünscht er sich, das gönne ich dir mal. Zack. Und dann kauft er mir das als Geschenk, so wie er das gerade gesehen hat, was ich für den Pass gemacht habe. Wie geil ist das bitte? Ist so ein bisschen wie diese Amazon-Wishlist, was die ganzen Nutten auf Twitch haben. Kennt man ja. Ich habe übrigens auch eine Amazon-Wishlist jetzt. Ich bin auch so eine Nutte jetzt. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Beste Leben. So, und jetzt eine Sache noch. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt, aber ich weiß, mir hat jemand was von der Wunschliste gekauft. Kann man hier auf Benachrichtigung gehen. Oh, guck mal hier. Fünf Artikel auf ihrer Wunschliste sind im Angebot wahrscheinlich. Aber ich habe hier noch eine Benachrichtigung und zwar, guck mal, Trusty hat ihn ein Geschenk gesendet. Weil, äh, ich habe mir meine Wunschliste öffentlich gemacht und er hat einfach, ähm, irgendwas davon gekauft. Ich weiß noch nicht was. Das gucken wir jetzt mal zusammen. Guck mal, schon wieder 15 Tage her. Der leckt mich am Arsch. Ich komme hier zu nix. Das ist jetzt krass. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht und wie das... Ich weiß nicht, was er gekauft hat. Keine Ahnung. So, und jetzt? Nee. Trusty hat ihn ein Geschenk gesendet. Hellblade. Sinuas. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, bla bla. Hellblade 1 ist das. Äh, das ist ein exklusives Xbox-Spiel. Was ich... Das habe ich ja auf der Wunschliste gehabt. Also, ich wünsche mir das. Ich finde das richtig... Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Game. Für den Let's Play-Kanal natürlich, ne? Guck mal, jetzt kann ich den Code mir irgendwie, äh, abfotografieren und bei Xbox eingeben oder einfach direkt auf Code einlösen gehen. Und dann habe ich einfach das Spiel, Digga. Wie lustig. So, jetzt gehe ich mal hier auf Code einlösen. Machen wir jetzt mal. Das ist ja geil, Digga. Jetzt lösen wir mal den Code ein. Das ist richtig... Ey, Digga. Trusty, Junge. Vielen, 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 vielen Dank, Mann, für das nice Game. Ähm, da soll ja dieses Jahr noch der zweite Teil rauskommen. Mit Unreal Engine 5 oder 5.1. Ich weiß es nicht. Ähm, die Arbeit noch an dem Spiel. Es gibt auch nur so einen ganz kleinen Mini-Trailer. Aber, Real Talk, wenn ihr zwei Minuten Zeit habt oder so, ich glaube, es gibt sogar, glaube ich, einen längeren Trailer mit fünf Minuten, guckt euch bitte diesen Trailer an, Digga. Das Game sieht so geisteskrank realistisch und voll geil und interessant aus, ne? So, bestätigen. Erfolgreich. Start, klar. Jetzt kann ich installieren. Und auch wenn mein Game Pass abläuft, kann ich es halt immer noch zocken, weil jetzt habe ich es halt... Also ist es jetzt so, als hätte ich es selber gekauft. Verschwindet das jetzt hier dann? Verschwindet nicht, okay. Muss ich also selber entfernen. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich es nur noch als Geschenk kaufen und nicht mehr für mich selber. Das ist ja mal nice, ne? Meiner Meinung nach müsste das auf die Playstation auch, ne? Aber so kannst du direkt das Spiel kaufen und eben der Person das schenken. Und der muss auch keinen Code einlösen und irgendwas. Der klickt einfach nur, fertig. Willkommen auf der Xbox. So gehört das. Finde ich richtig, richtig nice. Das war's schon, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Kuss, Noran, trusty hier. Kuss, kuss.